Was ist das Thema Schlaganfall? Wir haben uns Gedanken gemacht über das Thema Schlaganfall, eine Thematik der alternden Gesellschaft, die uns immer mehr beschäftigt. Und wir haben im Rahmen unseres Know-How's orthopädische Hilfsmittel entwickelt, die dem Schlaganfall Patienten Hilfestellung geben, insbesondere im Bereich der Fußheberschwächen und im Bereich der schlaffen Schulterlähmung. Wir haben eine neue Knieorthese entwickelt. Und zwar haben wir das Rollgleitgelenk dieser Knieorthese entwickelt. Das heißt, wir haben hier ein polyzentrisches Gelenk mit vier Gelenkachsen, was dem physiologischen Gelenk sehr, sehr nahe kommt. Wir haben hier die Orthese mit dem Rollgleitgelenk. Das ist die einzigste Orthese am deutschen Markt, die garantiert nicht rutscht. Wir haben das sogenannte CS-Paket, nennt sich Suprakondulär. Sie hängt sich oberhalb der Kondylen auf und somit rutscht die Orthese nicht. Sie kann nicht rutschen, weil sie an der dicksten Stelle, ich möchte es hier mal zeigen, sich hier aufhängt. Und somit wird das Rutschen verhindert. Bei Einlagen ist sehr häufig das Problem, vor allem bei hohen Schuhen, dort eine Einlage anzubieten, die sich auf den Schuh anpasst. Ich demonstriere es Ihnen gerne mal hier an dem Muster. Das Produkt Ergopads Whiteflex ist hier so angelegt mit einem Scharnier, dass Sie auch in einem Schuh mit hohem Absatz sozusagen der Fußform oder dem Schuh gerecht werden können, der Form folgen können. Es ist ein sehr angenehmes Tragegefühl. Also die Füße werden aufgerichtet, ich stehe ganz anders im Schuh, meine Füße werden auch entlastet, Knie, Rücken werden entlastet. Ich spüre das schon, wenn ich den ganzen Tag in Absatzschuhen laufe, dass es einfach ein komfortableres Tragegefühl da ist.